und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge atlas und wieder mit dabei der shinzon die alisee der hobbit der schafbock der subzero und der rock habe ich schon hallo teppi das sind so viele ich komme nicht mehr mit so und wir sind die neuen power rangers ne quatsch aber wir gehen jetzt auf schatzsuche ich zeig das mal kurz im inventar wir haben tatsächlich fünf karten die alle auf einer insel sind und das ist die insel der backsteine ich hoffe die funken nicht dazwischen ein bisschen kacke und ja da würde ich sagen segeln wir los wir haben alles mal vorbereitet ich kann ja ein bisschen zeigen hier den schrank zumindest mal ich habe noch keine schippe eine schippe bitte zack wieso kann ich die nicht macht die kannst du auch nur auf die schusstaste legen richtig ätzend meine lamp ist noch gar nicht so wie lange ist das überhaupt schon raus wie lange spielt das weiß ich nicht könnte ich dir nicht mal eine antwort geben gerade wie lange ist das spät schon raus okay dann vier wochen monat hört sich so lange obwohl die vier wochen hört sich länger als ein monat oder ja ist klar nee nee so attacke schweinebacke wir müssen ich zeig mal kurz die map oder warte wir gehen da auf die map wir sind da und müssen dahin und wie wir letzten folge schon erzählt haben sind wir von hier unten wieder auf unsere alte insel auf unsere startinsel gegangen weil hier unten ist zu viel ramba zamba wahrscheinlich keiner wie immer wir warten hier dieses wie er klatscht wie so eine wie so eine robbe ach jetzt alter ich habe heute war youtube wieder mega buggy ich habe heute eine neue folge atlas veröffentlicht die wurde ewig nicht angezeigt irgendwie sechs leute haben das gesehen und die wurde auf meinem kanal nicht angezeigt und hat auch keine e mail bekommen und jetzt um 19 uhr 50 kriegt hat man eine e mail bekommen so ein scheiß youtube mobbt mich schon wieder ist das hier rock oder schafbock rüstung finde ich eigentlich ganz geil hast du gut bemalt dankeschön ich finde ich echt cool ist was ab oder richtig wird deine rüstung gut versteckt leute guck mal meine neue rüstung komplett gold ist bestimmt auch geil und goldener ritter oder schwarz-weiß wir hätten echt jeder eine farbe gebraucht dann wären wir echt die power ranger go go power ranger voll gut wobei auf a1 in der mitte sind auch noch ziemlich hohe steine dabei war ich gestern ist auch gut was los es gibt da übrigens giraffen aber giraffen haben wir auch noch nicht stimmt naja aber du wolltest doch erstmal einen elefanten machen oder nicht den habe ich schon aber noch keinen sattel der ist noch unberritten der ist noch jungfrau schwierig 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 ich hab welches level denn äh 27 war der ich wollte eigentlich noch höher aber war keiner da vordersegel bitte einholen ist jemand am vordersegel alter oh die kommt die kommt ich fang die ich fang die ja die kommt doch nicht viel zu kurz nichts als heiße luft so jungs rechte kanonen alle bemannten macht eh keinen schaden macht eh keinen schaden hat's doch umgestellt auf pvp oder nicht Überraschung zack alles versinkt war cool dann können wir uns gleich das dürfchen bei denen nochmal angucken vorher nach eigenem Essen was guck mal die haben da auch einen schönen wall gebaut wir trauen uns nicht und schon funktioniert ja nicht mit dem umgeballer so jetzt gibt es erstmal bugpfeife ich schwimm mal schnell rüber und geb dem ne bugpfeife hehehehe aber die Insel ist ein bisschen besser tatsächlich da hab ich mehr fps ja moin oh gott ich gehe schon wieder hallo das ist ein überfall hallo wie er sich um guckt hallo da ist ein überfall und da so rechts links hallo das ist ein überfall der pin codet okay die könnte ich auch noch nicht die gatling guns schieß mal schieß mal ja ja im moment ich nachladen nein schieß jetzt hehehehe ok aber da siehst du quasi die kugeln ne so hallo hallo mach doch nicht so ein lärm junge das muss dröhnen in der haut abkürzung alter nicht mal fallschaden krass warum liegt denn hier so eine achso das davon ich dachte da liegt ein brett rum so was ist das hier so das darstellen so guck mal hier ja ihr müsst mal eure flagge noch bemalen niki ihr müsst mal eure flagge noch bemalen mh ja mh ja die küche einfach eine backsteine mit zwei knochen oder wie das wäre so lustig in der mitte so ein backstein und dann rechts und links zwei knochen ha würde ich feiern ja was gibt's nicht schönes ja das geht aber kreativer niki das geht aber noch kreativer hier das ist nicht nicht mehr eine hütte dass die von blacky ich würde sagen beschwerden am walt außerdem die alte basis baggerhaus darf man da auch reingucken darf man da auch reingucken naja moment was ist das denn hier hä ach so ihr habt was weggeschmissen oder sieht schon aus wie ein lagerhaus das kann man durchgehen lassen okay das hat ein tüft bestanden wir sind da rum gezogen das sieht ja auch interessant aus da oben auf welcher insel seid ihr eigentlich mittlerweile also heimatmäßig besetzt ey das finde ich aber ganz geil der weiß ja wo ne ach bei der metallinsel alles klar das finde ich eigentlich ganz da baue ich grad am hafen rum niki baut da sein mauerchen das finde ich eigentlich ganz geil mit diesem mit diesem hier mit diesem mit diesem mit diesem so leute wollen wir schatz suchen oder was ja wie gesagt eisen verkaufen wir doch liebend gerne wo sind wir denn jetzt gerade aktuell machen wir zu man kennt ihn ne also auf der insel haben wir auch was direkt ähm also eine der schatzkarten sollte direkt irgendwo hier sein das ist immer gedreht sein das war so eine lange mit genau hier mit diesem muster daran hatte ich das erkannt müsste hier sind direkt eigentlich das war es nicht das war oben äh sechs hä hat er jetzt dieselbe ausgerüstet warte wir wollten ja erstmal ne einfache machen das ist es aber auch nicht irgendwo hatte ich die hey kein lärm hier machen das ist es auch nicht ist alles auf der oberen wir haben keine die bei euch ist doch die war das stimmt müsste eigentlich genau hier sein wo ich stehe müsste tatsächlich genau hier irgendwo sein wo ich stehe seht ihr das die gleiche insel nochmal müsste genau da sein na dann fang an zu buddeln gibt es schon ein paar inseln mit gems ok jetzt zieh die karten in die leiste unten jo hab ich ja wieder da so eigentlich müsste das genau hier irgendwo sein und das irgendwie funktioniert das aber eigentlich nur wenn man die aufgebuddelt hat oder nicht ne wenn man hingeht dann kommen die Viecher dann kommt man irgendwie auf den berg hoch wahrscheinlich mit kletterpickeln hey backsteine habt ihr einen weg auf die berge da oben oder geht das nicht ja gleich moment ah da oben ist er doch ich hab ihn gefunden haben wir so kletterdinger wahrscheinlich haben wir die nicht mit ne 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 schön mit Kim und Korn old school das ist klar da kann man schon hochklettern obwohl nicht mal äh Dingsbums krass geht die bis zum Boden eigentlich immer ich steck ihn nicht drin was? was? dass es nicht so wie es aussieht hat wenn es mal wieder duschen sup also werd weiter was passiert noch auf das Luft ja wer ist der bei da ist genau die etage hier. So, wenn man da jetzt hingeht, kommen Monster, oder was? Ja, ich würde aber warten, bis es helle ist, weil sonst wird es losgehen. Ja. Vor allem ist es ja auch voll Gebüsch, also hier, weißt schon. Das ist voller Rushes. Geht bloß, ich so, ne? So, alle da? Nee, wer kommt da noch? Töppi trödelt, Rock trödelt. Bleib's hier, Fugy. Kennst du diesen Befehl Lampe an? Wo ist eigentlich meine Lampe? Das ist guter Hinweis. Bisschen. Warte mal, warum hab ich eigentlich noch meine... So, bereit? Achso, ihr wollt warten, bis es hell ist? Ach. Guck mal, hier ist es hell. Geht mal von der Klippe weg. Oha. Oh nein, warum schieß ich denn jetzt schon? Reflexe. Viel Spaß, Leute. Ich seh' gar nichts, Alter. Weckst doch mal auf die 5. Dem auch Pfeil, Alter. Das lohnt sich ja gar nicht. Pfeil um oben. Und so schnell kaputt mit Pfeil um oben. Ja, richtig. Das war ja auch. Von den Dicken da weg. Du musst die ganze Zeit nachladen. Ist da jemand verstorben von uns? Ja sicher. Der ist ein dicker Bein. Dicker ist tot. Oh, hier sind Pfeile. Nichts erwarten, bis dann, dass alle da sind und looten. Also ich drücke jeder was. Ja, dann warte ich auf Schin. Dann warte ich. So. Aber das mit den Waffen finde ich irgendwie echt ein bisschen kacke. Ja, da bist du mit dem Bogen ziemlich mal besser dran. Na. Nahkampf, Jungs. Oder Nahkampf. Also ich hab im Nahkampf gut weggeschneckt. Sagt der, der tot ist. Ja, ja. Weil du den Dicken dann an der Hacken hast, ne? Und jetzt musst du quasi... Wollen die jetzt da uns einen Schatz abgreifen? Nee, die wollten hier den Schinzern abgammeln. Loot, 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 loot. Bist du da? Bist du da? Loot dir gleich eine. Bist du da weg? Bist du da weg? Grüßt du hier eine Mittagschau auf, Junge. Loot dir, wenn du da seid, was du da warst. Weiß ich nicht, ne? Das haben auch coole Klamotten hier. Vallo? Vallo, ich mag deine Klamotten. Was der? H&M? Nee, Zimmer. Hahaha, ich wusste es. Warum bin ich eigentlich so langsam ab, mit dem scheiß Schild, wa? Schild ist voll überbewertet. So, Shin ist wieder da. Und jetzt muss man mit einer Schaufel den quasi ausgraben, oder was? Und jeder muss nebendran stehen. Los, komm, das schaffst du! Oh! 30 Gold. Ich hab' die Windelrüstung. Ich hab' die Windelrüstung. Und ein grünes Schild. Also Blutwind. Oh! Leute! Ich hab' was ganz tolles. Was denn? Erzähl mal. Blueprint von einem Mentalhelm. Das sieht gut aus. Ich will nicht, das ist mal was stärkeres. Ihr habt aber nichts bekommen, oder? Nee, nee, nee. Aber ich hab' auch 30 Gold coins. Ich hab' auch 30 Gold coins. Ich hab' auch 30 Gold coins. 30 auch, ja. Und ein Blueprint für'n Schild. Dann würde ich sagen, gleich weiter zum nächsten. Und ich Blueprint für'n Zweihänder. Ja. Die Frage ist, das andere ist alles auf der anderen Insel, glaub' ich. Zeig' mal die hier. Das war mit der Schleife. Das ist oben. Ja, das ist oben, wo Shin, äh... Wollen wir dann einmal mit dem Boot rumfahren? Ja, sicher. Weil das ist alles oben. Da müssen wir jetzt laufen. Die anderen vier Karten. Los. YOLO. So. Wer springt von hier oben ins Wasser? Ja. Ist das tief genug? Werden wir jetzt sehen. Ja, ist. Ich werfe noch. Ohohohoho. Was denn? Jabbadabbaduuu. Klatsch kaputt. Oh, bitte nicht. Ohohohoho. Ich hab' auch. Voll gut. No risk, no fun. No. Zum Beispiel. Hehehe. Napast. So. Wie sicher nicht Aufmachen dann machen wir den Herstell erstmal einen Cut und sehen uns zur nächsten Piratenjagd. Just sehen uns zur nächsten Piratenjagd! Bis dahin macht's gut! Tschetschüu. Tschetschüé, Tschetschüß! Bye! Bye Bye! Untertitelung des ZDF für funk, 2017